Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video, diesmal mit einem Hands-On zu den Soundpeats R3. Ich habe sie schon drin und wir schauen uns jetzt mal gemeinsam an. Viel Spaß! Schauen wir uns alles nochmal. Ein bisschen detaillierter an, also die Verarbeitung hier ist schon sehr, sehr schick. Links und rechts ist draufgedruckt oder eingraviert. Vorne ein LED und der Knopf. Leuchtet auch grün. Hält auch zu. Und ein USB-C-Anschluss. Und oben der Schriftzug drauf. Kopfhörer selber. Hier steht dann auch nochmal rechts drauf. Und ein Mikrofon. Hier an der Seite war auch noch eins. Da für die Umgebungsgeräusche. Oben auch. Ladekontakte unten. Und hier ist der Speaker hier vorne dran. Also hier hält es auch an. Das finde ich ein bisschen seltsam. Das halt nicht nur hier hinten reagiert, sondern auch an anderen Stellen. Schauen wir uns den linken noch an. Der sieht gleich aus. Mit der Aufschrift links. Kann da auch eine eins sein. Ansonsten. Sehr schick. Das Logo gefällt mir sehr gut. Die Form muss ich mir dann im Test genau anschauen. Ob das angenehm zum Tragen ist oder ob es eher rausfällt. Das war das Hands-On mit den Soundpeats R3. Ich werde sie jetzt noch ein bisschen testen. Und ja. Lass mir die Musik durch die Ohren gehen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei.